Tief unter den Ruinen von Burg Karak verbirgt sich ein düsteres Geheimnis. Sechs tapfere Helden machen sich auf den Weg durch ein Labyrinth voller Schätze und dunkler Kreatur. Doch keiner weiß, wie das Labyrinth aussieht und welche Gefahr hinter der nächsten Ecke lauert. Wer überlistet seine Gegner, besiegt die Monster und gewinnt den Schatz des Drachen? Karak. Ein fantastisches Abenteuerspiel für die ganze Familie. Kosmos. Hier spielt das Leben.